Hi, mein Name ist Tivo Goodlim von der Firma Goodlim Systems und ich darf euch zeigen, welche Dinge wir in unserem Unterschriftenmodul erweitert haben. Und damit wir nicht zu lange warten, schauen wir gleich direkt ins System. Im System angekommen, können wir unter Unterschriften auf der linken Seite hineingehen und finden uns in der ersten Maske Zeitanträge unterschreiben wieder. Diese funktioniert wie bisher. Alle darin verwendeten Funktionen haben wir euch ja schon vorgestellt. Und schauen wir uns nun einmal die Masken an, die neu dazugekommen sind. Die erste Maske wäre Betreuungszeiten unterschreiben. Und hier kann ich einfach hergehen und zum Beispiel sagen, ich gehe, ich möchte alle Zeiten unterschreiben, wo Felix FED betreut, so heißt der Klient, betreut worden ist. Völlig unabhängig davon, wer die Person betreut hat. Gehen wir zum Beispiel jetzt in den März, also April, März und wählen den Felix nochmal aus. Dann sehe ich, es sind nicht nur meine Einträge, sondern auch die von der Nina herinnen. Und ich kann hier wie gewohnt meine Unterschriftenanfrage erstellen, muss nur noch meinen Klienten angeben und kann das entweder direkt unterschreiben oder als Link erstellen. Ich gehe jetzt einmal auf Link erstellen, denn hier kann ich noch weiterarbeiten und kann sagen, ich brauche eine E-Mail oder ich möchte das jetzt unterschreiben oder möchte den Link kopieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich auch nur meine Zeitanträge unterschreibe. Und wenn ich hier zum Beispiel auf den April wechsel, dann sehe ich hier, es sind nur jene Zeiten ausgewählt, die mich alleine betreffen. So haben wir einfach die Möglichkeit, zwei Workflows abzudecken. Einen, wenn ich möchte, dass alle meine Betreuungszeiten zu einem Klienten oder einer Klientin unterschrieben werden. Und einen Workflow, wenn ich nur meine Betreuungszeiten unterschreiben möchte. Das ist ja in jeder Firma eine Spur anders. Wichtig sei vielleicht noch gesagt, und da schauen wir kurz nochmal rein, dass hier automatisch nur jene Zeitanträge angehackt werden oder angewählt werden, die auch wirklich noch nicht unterschrieben sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen schon unterschrieben hätte, von Felix. Mache ich mal ganz kurz. Und ich kehre hier zurück, dann ist eben direkt nur mein noch nicht unterschriebener Zeitantrag, sind wir hier hinten, jener, der angezeigt oder angewählt wird. Danke vielmals, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Wenn euch diese Videos gefallen, lasst uns ein Abo da und wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg jetzt in Zukunft alles mit euch teilen können. Bis zum nächsten Mal.